Hallo liebe Leute ich bin Lerlief und das ist die dritte Tage über deutsche Sommerschule am Pazifik ich habe meine 2. Klasse heute und dann meine drittesten und ja das ist das ist schwer aber wir gehen ja die Kampus ist sehr schön und heute ist sehr schön und sehr heiß und ja ich habe Hausaufgaben heute und dann ähm ich muss ähm ähm schreiben meine ähm äh ich habe keine Ahnung ähm Hallo so ich hatte äh ich hatte äh zwei Klasse heute und ähm diese Klasse sind sehr schwer ich hatte ähm so wieviel neue äh neues Wörter für mich ähm ähm ja ich muss erlernen ähm so viele Wörter ähm für mich ähm 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 so ich kann verstehe äh so ich kann ähm ähm in die Klasse verstehen und ja das 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 ist so viel so viel ähm aber das ist sehr spät ähm ich bin sehr müde ähm jetzt so ich ich hatte nicht so viel Energie aber ja heute heute war gut heute war es sehr gut ja es tut mir leid ähm ähm diese Videos sind sehr kurz ich hatte ähm ähm so viele Hausaufgaben ähm äh ich muss ähm ähm äh ich muss ähm äh machen äh ich habe äh eine ähm äh einen Film ich muss äh 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 ähnlich äh führ meinen Filmsemonar ähm 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 ich muss äh ein Theater Stück für meinen Theater workshop ähm 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 leiduit ähm ähm Das ist die Ende, ähm, gib der, ähm, ähm, ich mach es und, ähm, comment down below und abonnieren. Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020